Leute, 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 hier ist was los. Es gab mal wieder ein Update. Und deshalb, ja. Achso, wir müssen natürlich noch ein Speichergerät wählen. Ähm, ja. Theoretisch die. Da haben wir gerade die Flugschule mit Michael abgeschlossen, ne, und würde sagen, also ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt einfach die Mission dazu. Also, warum wir dann fliegen lernen mussten, sonst wäre das ja relativ sinnlos gewesen. Und zwar. Achso, das ist die Kameraansicht, gut. Ach, ich mit der Steuerung wieder warm werde, ey, es ist immer jedes Mal dasselbe Elend. Und zwar müssten wir dann zu Leicester, oder okay, das ist aber eine Franklin-Mission. Also, wir könnten hier zum Federal Investigation Bureau, oder wie das Ding heißt. Und dann könnten wir noch mit Trevor ein bisschen kranken Scheiß machen. Und das Geld verdienen, Yoga auf jeden Fall machen, ne. Das ist wichtig. Dart spielen. Oh, ach, das ist ja der, der, der Psychiore, okay. Hm, das ist auch Franklin. Auch das ist Franklin. Also müssen wir die Bory-Dingsbums-Aufgabe machen, oder? Und als nächstes springen wir mal wieder in Franklin, weil Franklin haben wir ewig nicht gespielt. Oh, Tracy ruft an. Tracy, Baby, hast du geholfen? Ja, schau, Dad, wir sind geholfen. Ja, dann heult donnernd so rum. Wir machen jetzt eine schöne Mission für Dave. Denn Dave ist ein Arschloch und erpresst uns. Aber was willst du denn machen? Ah, ich hab' vergessen hier, äh, oh Gott, nein, das war falsch. Alles falsch. Musik aus. Zum Glück hat er bloß gequatscht. Garant, jetzt hab ich's schon wieder verrafft. Und im Schnitt denke ich schon wieder, ah, du Trottel, hast schon wieder alles verrafft. Solltest doch die Musik rauslassen. Jo. Ähm, wollen wir mal hier in den Laden gehen und uns was anzuziehen kaufen? Wer da an hat, verkehrt, oder? So zwischendrin. Zack, die alte ist eh nochmal so richtig frisch. Axel Rees. Bleibt die liegen? Oh, die bleibt liegen. Die ist tot. Ähm, was ist denn da passiert? Hallo, Frau, ich brauche irgendwas anzuziehen. Aber hier gibt's ja auch nur Geröll. Ausnahmslos. Geröll. Na, da war ein ekelhaften Mantel an. Hab ich den gekauft? Ist ja ekelhaft. Komm, wir nehmen so ein Charlie-Sheen-Hemd. Ja, aber nicht grad das. Ach, das ist doch ekelhaft. Wir lassen den so, wie er ist. Dass sie das nicht hinkriegen, einfach zu überspeichern. Ist mir ein absolutes Rätsel. So, ich hab immer noch gerafft, wie ich dem sein eigenes Special-Effects-Auto bauen kann. Das er dann akzeptiert. Jetzt haben wir mittendrin einen Dodge. Ist ja kein schlechtes Auto. Aber was, wenn ich jetzt einfach sagen will, das wird sein neues, festes Auto. Geht das irgendwie? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Wenn hab ich's verrafft? Ich weiß es nicht genau. Ich kann halt welche in die Garage stellen. Das ist schon klar. Vorher hat er ja immer den Audi gefahren. Mit dem kam ich klar. Aber jetzt möchte ich gern dann doch vielleicht irgendwas nehmen. Das wäre zum Beispiel was von Franklin, würde zu dem passen. Ach ja, somebody stop that guy. Guck doch mal, wie er läuft. Er läuft und läuft und läuft und er lief und lief und lief. Ich habe dich gewöhnt. Was ist denn das? Eine Brieftasche. Na, die bringen wir ganz brav zurück. Steht hier der Geldbetrag irgendwo? Ja, ne? Ich glaub schon. Ja, 177.000. Wir haben's halt nötig, uns die 500 unter den Nagel zu reißen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist... All yours! Du rockst, Bro! Sieht, das ist was es geht um. Gemeinschaft! Oft ja. Er hat uns ja sogar 50 Stoller da gelassen. Bitte! Okay, ist das nicht ein bisschen ein ungünstiger Ort um hier irgendwas? Ah, ist gar nicht da unten drunter, oder? Ist es hier? Ist es sogar hier, oder? Das ist der Typ? Ne, ist nicht der Typ. Hinter mir ist es. F.I.B. Ach, guck mal einen an. Er läuft rein. Gib dich zu Dave. Dave wird uns gleich husten, was hier Force ist. Oje, zwei andere Menschen. Gus Fring und noch jemand. Das ist nett. Du hast mir gesagt, dass wir doppelt dateten. Sorry, Leute. Dieser bergene Hunk der Liebe ist all mine. Brillant! Steve Haynes, amigo. Aber du wahrscheinlich schon wusste das. Sorry, dein Name Tag muss aufbauen. Golda! Ich liebe es! Ich muss mich daran erinnern, zu schreiben, das zu schreiben. Und zu schießen in die Hände, du schütziger Dich. Andreas. Bezüttelungen? Das was? Whoa! Pure magic. Ich sollte es auf meine Show stellen. Habt ihr gesehen, meine Show? Du meinst, wie ein Verkaufsgericht auf einen Schiff-Golf-Weekend in einem 3rd-Rate Country Club? So! Wir müssen uns echt mal was Neues anzuziehen und besorgen, ey. Der FIB. Oder der gesamte Regierung. Weil ich versuchte, dass wir heute nicht zeigen, dass wir viele von deinen Kollegen sehr viel Respekt haben. Und warum darfst du mit mir anfangen, Genie? Du hast es, Bout. Wir bekommen die Ente, dass sie Mr. K. in der Städte der Städte. Ich habe einfach mit dem Mann. Die Städte der Städte der Städte der Städte der Städte der Städte. Wir brauchen ihn raus, bevor er blabbt. Ich habe was Agent Norton gesagt. Dann glaube ich, dass du mit einem alten Städte der Städte, der aus der Vergangenheit, war dein erste Fehler. Du bist mein Juni, Amigo. Meine Karriere betrifft auf das. Und das ist sehr wichtig für mich. So gesehen, dass wir jetzt alle Mädchen sind. Das macht es wichtig für dich. Jetzt riechen, Kinder. Sieh, da geht's, Dave. Du kannst keinem alten Städte, neue Träte. Los geht's. Okay. Michael freut sich irgendwie, habe ich den Eindruck. Und ich fahr direkt mal den nächsten Kleidungsladen an. Haben wir schon immer so eine Scheiße getragen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist mir nie aufgefallen. Also was? Also ich bete, Federal ain't on the deed. Das ist so. Und wir all like our federal government open and transparent. Except when closed and opaque suit you better. Hey, I'm just a puppet. You're the one pulling the strings. Das ist seine Karriere. 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 Ach so, das war ja der falsche Taste. Kleidungsladen. Viel wichtiger als euer Polizei. Scheiße. Kann ich gerade dann rein. Äh, das ist so klar. Und dann müssen wir halt hässliche Missionen machen. Jetzt ein paar Leute an Bord. Der erste Mann ist Franklin Clinton. Hey, I barely know that kid. He's fixing up my car. Call him. Or we'll send some G-men to his aunt's house. Okay. Okay. Hey, name is Franklin. Michael, this ain't the best time. I'm kinda busy. Hey, sorry about that. Listen, you know that thing we talked about before? It's happening. I need you to come to a lot off El Rancho. Not far from where we met before. Alright, that's cool. I'm in L.S. anyway. Now, Trevor Phillips. Oh, you're crazy. I ain't calling him. I thought you might say that. So we had him picked up. That's a dumb move, Dave. Real fucking dumb. Just worry about the plan, okay? Getting Mr. K out of the IAA station. Clinton is going to be positioned across the street, keeping an eye on the proceedings. Phillips flies you in, you rappel down, make the extraction. And I'm the best guy you got for this. With you we've got good leverage. Great. And you brought Trevor in. We're telling him I'm all cozy with the F5B. You'll need discreet support. We maintain control of the situation. Discreet? Control? Yeah. Good luck, trolling discreet friends. Hahaha. Jawoll. Oh, das wird noch lustig. Trevor will die alle in den Arsch ficken. Ich meine, er ist ein Arschloch, aber er hat sowas einfach richtig drauf, solche Leute richtig untergehen zu lassen. Ja, ich denke, ich werde. Bis zum nächsten Mal. K-Batha, huh? Wer ist der KG-Motor? Nein, das ist ein KG-Motor, okay? Nicht dich! Hey, T! Enough mit dem F5B. F5B. Franklin. Komm schon, du besser aus. Wirklich. Shit, ich bin gut. Ich bin Bill. Was? Was ich detectieren, uh... Some sort of... Son, ich nie hatte. F5B hier, Mikey? Hey, hör mal. Wenn du willst, wenn du einen F5B hier bist, kannst du viel besser machen als dieser F5B. Okay? Dieser KG-Motor würde sein eigenes Kinder. Wie gesagt, Franklin. Derangt. Ja. Und beste Freundin. Genau. Das ist Trevor, mein beste Freund. Das ist Franklin. Das ist Franklin. Der Sonne. Ich habe immer gewonnen. Okay, Leute, hör mal. Das ist die Chance. Ich werde all die heavy lifting auf diesem Job. Okay? Trevor, all I need you to do ist flieh mich nach dem Target. Franklin, du gehst mich aus der Straße. Wir werden diese Scheiße glücklich machen und gehen weg von diesem Ding clean. Entstanden? Ich verstehe. Okay? Und wir machen das. Und sie helfen uns, Brat zu bringen. Ja. Wir sprechen später über Brat. Okay? Ich muss eine Veränderung. Ich brauche einen Start. Schön, dich zu treffen, Homie. Ja, egal. Gewalt schon. Ich apost, wir machen uns Berlin. Ich weiß, was wir tun. Ich weiß, wie ich verblieben bin. Ich weiß nicht, was ich wissen, okay? Ich weiß nicht, warum ich jetzt bin. Aber ich weiß nicht, wie das ist. Ich bin vorbei, wir wären heute oder keinen Bock, wie wir bleiben. Ich bin dort noch kurz, wir wären jetzt. Und wir kommen hinter uns. Das Hauptquartier der Agency ist ja nicht ganz weit weg. Wir sind ja erst da gestoppt mit dem Auto. Wer hat's gedacht. So, bis auf. Wo ist es denn? Okay, da oben müssen wir hin. Wir fliegen nach oben. Ein Zeppelin. Von Atomic. Okay, wo genau willst du hin? Ich hab's mal ins Risch gerafft. Aber irgendwie hier... Okay, irgendwas passiert. Okay, wir klettern runter. Zu irgendwas. Okay, pass auf. Keep her steady. Keep her steady. Das sind Manns. Das ist nicht so geil. Ich flieg mal drüber weg. Hoffentlich... ...drehen die sich nicht um und sehen das Seil. Next I'll have this thing so far up your ass. Your Tontos will be playing Shadowhubets. Oh... Oh... ...I think we can't do that we can. It's in our guidelines. I don't know what you're talking about. I installed... ...Cynema-Cooping. Not surveillance! Ich habe den anderen Arm. Nein, 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 nein! Was kann ich mit dir enden? Hier ist 18 Inge tief in der Mitte. Ziehe das Lüb! Eigentlich sch**** das Lüb, lass uns den Drock zu sein. Der Welt denkt, dass du mordst, genius! Dann wirst du erst nachwachst, dass du es warst. kh**** ist das? Nie, 쉿 den Schein! Wieso soll das zu? Ja, ich kann hier ein bisschen Backup benutzen. Schau mir den Stationchef! Ja, Hilfe! Wir haben den Sniper in der Jason-Bildung! Geh, keine Trämpfe! Geh, keine Trämpfe! Geh, keine Trämpfe! Hey, wir müssen das Gebäude klar sein! Der Mann schießt an dich, Mikey! Das ist unendete Geschäft! Geh es ab, und wir gehen weiter! Du verdammte Kraft! Hey, ich kann nicht einen Schuss auf diesen letzten Mann, man. Du musst deinen Scheiß wegnehmen! Nein! Nein! Das ist ein schlechtes Schuss! Stopp, du weinen! Du bist wie ein schubi, schubi, schubi! Oder von der Wechsel! Das ist es! Geh uns aus hier! Roger das! Woah! Es sieht aus, wie wir die Aufmerksamkeit der Flugzeuge haben. Okay. Wir haben einen Bogey auf dich, Franklin! Scheiße! Wohohohohohohoho! Das ist ein Schuss auf den US-Govarmen, die wir uns aufhören. Wir sind klar, um dich zu engagieren! Wir sind klar, um dich zu engagieren! Wir sind klar, um dich zu engagieren! NICE, KID! Nice, KID! Okay, Frank, und auf dich! Oh, shit! Shit! Ich bin klar! Jetzt strappst du dich, und du bist! Ich bin klar! Ich will nicht zufrieden, Mike! Aber du kannst du etwas über die Copern, bevor wir uns aus dem Skye zerbauen! Just sagen! Und sofort in der Wechselinstruktion! Wir werden dich aufhören! Super! Niemand ist im Zielbereich! Okay, jetzt! Immer noch nicht! Jetzt! Na, komm schon! Na, komm schon! Na, komm schon! Hol' ne vom Himmel! Hol' auch den vom Himmel! Ich hab' den Typ da drin getroffen! Okay, wir haben den einen! Okay, jetzt kommt noch einer! Okay, wir haben's! Kann er aber wieder zu Franklin wechseln? Nee, kann ich nicht! Okay! Okay! Entschuldigung, Commander! Direkt mal durchstarten! Ich flieg' ein bisschen tiefer! Damit... ich merke, ich bin nicht gehabt, also... Ich flieg' nicht tiefer, sondern... Ich sink' und nehm' damit Geschwindigkeit auf! Klappt ganz gut, wie ihr siehst! Ich bin kein... Ich bin kein Problem, wer du bist! Nun, warum machst du das mit mir? Hey! Ich hab' ein paar Freunde mit dem Büro! Die werden alles erklären! Du hast mich gescheitert! Danke! 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 Nimm es nicht! Das Büro! Das FIB! Das wird alles okay machen! Okay! Hey, Key! Bring' sie her in die Lok! Ich muss jetzt noch gucken, wo genau ich hin muss! Oh gerecht' hier hin! Ah, ist das schwer zu gucken! Ich hab's aber gesehen... Genau da, wo wir gestartet sind! Okay... Hey, go easy on it. Thank you! Oh my, you saved me! Hey, hey! Huh? No, 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 no! Hey, hey, I said easy! Come on, give the guy a break! Alright, I'm gonna get out of this shit. In bed with the Bureau, and a new running buddy. Yeah, he's more of a protégé. Yeah, what, you gonna teach him to be old before his time? Yeah, to never grow up. That seems like a good kid. Michael, look at this, huh? New city, new set of problems, but the idiots, they stay the same. Yep, I guess. Alright, Trevor, I'll see you later. Oh, you better believe it, buddy. Missionswertung gleich fürchterlich. Kriegen wir überhaupt eine Missionswertung? Neuer Kontakt, Steve. 50%, warum? Treffergenauigkeit, 22%. Kopfschüsse, aber 9 von 10. Wie soll ich denn das interpretieren? Raffschnee. Achso, warte. Machen wir so. Und so. Mal in die context. Take care.